Hi, mein Name ist Marc und ich werde oft gefragt, wie man denn schnellstmöglichst ein guter Gitarrist wird. Darauf gibt es natürlich noch eine richtige Antwort, nämlich üben, üben und nochmals üben. Damit üben allerdings auch Spaß macht, sind drei Dinge wichtig für dein Instrument. Spielkomfort, Stimmstabilität und guter Sound. Ich zeige dir ausführlich, wie du Seiten richtig aufziehst, egal ob akustisch oder elektrisches Instrument, wie und wo du dein Instrument am besten aufbewahrst, welche Pflegemittel Sinn machen, wie du Hals-, Seitenlage und Intonation einstellst und noch vieles mehr. Dein Instrument lässt sich optimal bespielen, verstimmt sich nicht und klingt gut. Das alles kriegst du mit dem Gitarrenratgeber hin. Viel Spaß!